Und vier Tage lang wurde in Buch gefeiert. Der Höhepunkt dieses Bezirksmusikfestes ist aber natürlich der große Festumzug am Sonntagnachmittag. Durch Buch sind bei perfektem Wetter 35 Musikvereine mit mehr als 1500 Musikanten marschiert. Bereits das dritte Mal ist in der gerade einmal 600 Einwohner zählenden Gemeinde ein Bezirksmusikfest über die Zeltbühne gegangen. Ein gigantischer Aufwand, vor allem für den Musikverein, der die vergangenen zwei Jahre das Fest vorbereitet hat. Wir rechnen mit 10.000 bis 15.000 Besuchern, die wir in der Festwochen bei uns gehabt haben. Wir haben jeden Abend voll gehabt. Es ist eine schöne Sache, wenn das Fest aufgeht. Man will nicht mehr als Veranstalter. Mehr als 800 Helfer, Große und ganz Kleine, waren die vergangenen vier Tage im Einsatz. Und die sind jetzt müde.